Was ist ein Rätsel? Das. Bevor wir uns der elaborierten und komplexen Form des mittelalterlichen Rätsels in der mittelalterlichen Lyrik zuwenden, wollen wir uns dem Rätsel zunächst auf sehr allgemeiner Basis begegnen, ohne aber viel Hoffnung, dass das einfach wird. Denn die Frage, was ein Rätsel ist, berührt im Wesentlichen schon das Problem, in welcher Medialität ein Rätsel als solches zu gelten hat, ist das ein Rätsel, oder das, das hier, oder das, das, der Klassiker, Kreuzworträtsel, oder auch das. In der Literaturwissenschaft kann man sich wohl zunächst auf Rätsel zurückziehen, die sprachlich verfasst sind. Die wenigen Beispiele, die Sie gerade gesehen haben, illustrieren allerdings auch, wie schwierig selbst das ist, denn unterschiedliche Rätseltypen beziehen Sprache neben anderen Medialitäten mindestens mit ein oder stehen mit einem Text in unmittelbarem Zusammenhang. Text-Bild-Verhältnisse können dabei höchst komplex sein. Bei einem Beispiel wie diesem hier steht vor dem Hintergrund der Textbegriff selbst zur Debatte. Es handelt sich um ein panegyrisches Figurengedicht des Dichters Publilius Optatianus Prophyrius, das er im Jahr 326 Kaiser Konstantin gewidmet hat. Optatians höchst anspruchsvolle Texturen stehen in der Tradition hellenistischer Figurengedichte. Sie spielen mit den medialen Möglichkeiten zwischen Schrift, Klang und Bild und weisen eine spezifische strukturelle Verknüpfung auf, die nicht getrennt werden kann. Der komplexe Sinn dieser Carmina gilt auch, gilt sich, Entschuldigung, gibt sich als ein Rätsel auf. Der Leser bzw. Betrachter, die Leserin, Betrachterin, agiert, ich zitiere Annalena Körfer, als Spieler und Rätsellöser auf einer Ebene des Textes, die ihm immer wieder neue Sinneinheiten eröffnet. Zugleich fordert der Dichter, der als Verfasser des Textspiels diesen performativen Akt angelegt hat, seinen Leser durch dessen starke Aktivierung immerzu heraus. Die Mühe des Dichters steht wiederum in Wechselwirkung mit dem Spiel, das er für den Leser erzeugt. Ein Rätsel bzw. ein Rätselsteller, eine Rätselstellerin aktiviert die Aufmerksamkeit der Rezipierenden und übt durch gewisse Textstrategien einen Zwang auf sie aus, die implizierte Frage als solche aufzufassen und zu beantworten. Zwischen Produzent und RezipientInnen herrscht ein Wissensgefälle, dass der Rätselsteller, die Rätselstellerin von seiner Seite aus nicht gewillt ist, aktiv auszugleichen. Das unterscheidet ihn oder sie von einem Lehrer, einer Lehrerin. Es handelt sich vielmehr um eine Aufgabe, die erfüllt werden muss und die darüber entscheidet, ob ProduzentInnen und RezipientInnen ebenbürtig sind. Ein Rätsel in seiner elocutionären Kraft nach einer Frage, die eine Antwort impliziert. Die Frageform ist dabei nicht immer im linguistischen Sinne aufzufassen. Zumeist ist das Rätsel selbst konstativisch. Zwar hat eine etwaige Rätselaufforderung, beispielsweise kannst du das Rätsel lösen oder was bin ich oder ähnliches, oft die linguistische Form einer Frage, ob sie aber in jedem Fall zum Gattungsmuster des Rätsels dazugehört, ist selbst wiederum eine Frage, welche die Forschung bis heute nicht abschließend hat lösen können. Es gibt etwa Rätsel, welche die Rateaufforderung insofern integrieren, als dass sie mit dem verrätselten Text zum Beispiel im Reim stehen und daher aus formalen Gründen dazu zu rechnen ist. Nicht jede formal dazugehörige Rateaufforderung ist jedoch auch linguistisch eine Frage. Viele Rätseltexte implizieren Rateaufforderung und Frage nur, weil sie aufgrund einer Kodierung, das heißt einer Verrätselung, eine Dekodierung, das heißt eine Enträtselung und das heißt eine Antwort erfordern. Eine Antwort ist immer Teil einer binarischen Struktur, da zwingend eine Frage dazugehört und umgekehrt, das Jeopardy-Konzept. Ob die Antwort des Rätsels Lösung also konstitutiv ebenfalls zum Rätsel gehört, steht darüber hinaus zur Diskussion. Dabei ist entscheidend, ob mal einen Rätseltext allein in seiner einmalig überlieferten sprachlichen Form meint oder kontextuelle Aspekte als Gattungskonstitutiv mit einbezieht, beziehungsweise welche Kriterien zwingend vom Kontext hinzugezogen werden müssen und welche schon aus Gründen der historischen Ferne zu vernachlässigen sind. Eine ähnliche Frage stellt sich etwa, wenn eine Anleitung für einen elektrischen Exzenterschleifer in einem Gedichtband publiziert würde oder bei einem Poetry Slam vorgetragen. Ein wesentlicher Aspekt der Gattungsdiskussion zum Rätsel ist die Lösbarkeit. Jemand stellt einem anderen eine Frage, die den Befragten zum Wissen zwingt. Es geht also um Wissen und Weisheit sowie um Meisterschaft in diesen Tugenden. So operiert das Rätsel mit Mechanismen von Inklusion und Exklusion in oder aus einer Gruppe, die, so nennt es Andreolles, durch Wissen gebunden ist. Die Lösbarkeit spielt dabei eine wesentliche Rolle. Die ältere Forschung plädiert fast einhellig dafür, dass ein unlösbares Rätsel kein Rätsel ist, sondern schlimmstenfalls verschraubter Unsinn. Lösbarkeit ist also ein Gattungskriterium. Für das sogenannte Volksrätsel mag wahrscheinlich gelten, dass es jeweils eine Lösung hat. Nicht immer ist sie uns aber noch bekannt. Meistens ist das aber der Fall, weil die Rätsel in einer Überlieferungstradition stehen und oder als Typus erkennbar sind, sodass ihre Lösung im kulturellen Gedächtnis der Sprachgemeinschaften abgelegt und oder herleitbar ist. Was aber, wenn ein unlösbares Rätsel formal einem erfahrungsgemäß lösbaren Rätseltypus entspricht, aber keine logische Antwort impliziert. Ich habe hier lediglich die syntaktische Form des ersten Rätsels übernommen und in jedem ersten und zweiten Versteil das Verb durch ein anderes ersetzt. Indem ich die Verben im jeweils ersten Versteil binnengereimt habe, überzeugen sie formal sogar eventuell noch stärker als Rätselform. Gedacht habe ich mir freilich sonst nichts dabei. Schon gar keine Lösung. Es sieht immer noch aus wie ein Rätsel. Aber ist es eins oder keins? Ist es bloß eine falsche Umsetzung des oben stehenden Typus und also ein fehlerhaftes Rätsel oder gar eine Scherzfrage? Und was, wenn so ein Rätsel historisch weit zurückliegt und unikal überliefert ist und keinerlei Informationen über seine Herkunft und Produktionsbedingungen vorliegen? Auf der phänomenologischen Oberfläche ist keine Unterscheidung zwischen Rätsel und Nichträtsel zu treffen. Was bedeutet also Implikation einer Frage? Muss das Rätsel tatsächlich eine Lösung haben oder genügt es, wenn die Textform als solche suggeriert, dass eine Lösung zu finden sei, also nur so tut, als ob und der Rezipient, die Rezipientin dennoch den gleichen Zwang verspürt, eine Lösung zu finden? Kann das aber ohne eine rezipientenseitige Texterfahrung mit lösbaren Rätseln überhaupt der Fall sein? Was wiederum darauf hinaus liefe, dass echte Rätsel doch lösbar sein müssen. Und wenn nun jemand doch eine passende Lösung dazu finden könnte, wird aus dem vermeintlichen Nichträtsel dann doch noch ein echtes Rätsel? Wir werden noch sehen, dass diese Frage gerade bei der analytischen Beschäftigung mit mittelalterlichen Erzähltexten keineswegs trivial oder an den Haaren herbeigezogen ist. Solche Probleme stellen sich vor allem bei Rätselfragen außerhalb der einfachen Form des Volksrätsels. Fritz Löwenthal bemerkt etwa zum Rätsel in der Sandspruchdichtung, sie haben mit dem wirklichen Rätsel, dem unsere Betrachtung allein gilt, nichts außer gewissen formelhaften Zügen gemein. Denn von dem Wesen des echten Rätsels ist ein gewisses Maß von Gegenständlichkeit, Bildkraft, Gedrungenheit und vor allem Lösbarkeit nicht zu trennen. Es prüft den Scharfsinn nicht das erlernte Wissen, die Gelehrsamkeit. Strophen wie die vom schlafenden Kind als Bild des verstockten Sünders, das sich auch nicht durch Hornruf wecken lässt, vergleiche Wartburg, Strophe 29 fortfolgende, wir werden uns damit noch beschäftigen, sind keine wirklichen Rätsel mehr, sondern Gleichnisse, die einen Gedanken, eine Lehre mehr oder weniger geschraubt und der Deutbarkeit gänzlich entzogen darstellen. Hier schon wird deutlich, dass insbesondere die gattungstypologische Abgrenzung gegenüber anderen Rede- und Textformen schwierig ist. Andriollis hat in seiner Darstellung einfache Formen auf die strukturellen Gemeinsamkeiten von Rätsel und Mythe hingewiesen. Überschneidungen gibt es etwa auch mit der geregelten Prüfungsfrage, worauf insbesondere Thomas Tomasek hinweist. Das Rätsel ist eine Textsorte, die einen Begriff als Text verschlüsselt zum Inhalt hat. Seiner Textfunktion, Illokution nach, stellt es eine Prüfungsfrage dar. Als Verschlüsselung gilt jede Form der Merkmalsangabe und Frageeinleitung, die den Anforderungen geregelter Prüfungsfragen zuwiderläuft. Das Rätsel ist eine ungeregelte Prüfungsfrage, indem es in mindestens einem Falle die Bedingungen geregelter Prüfungsfragen durchbricht. Löwenthal nennt das Gleichnis, womit auch die biblischen Beispiele, von denen wir uns einige gleich noch genauer anschauen werden und ihre literarischen Adaptionen in den Blick rücken. Die Rätsel in den Sankspruchstufen stehen außerdem der Allegorie äußerst nahe, womit sich vor allem die jüngere Forschung auseinandergesetzt hat. Die Lösbarkeit und die damit verbundenen Inklusions- und Exklusionsmechanismen spielen gerade beim Rätsel in der mittelalterlichen Lyrik und insbesondere in der Sankspruchdichtung und im Meistersang die wesentliche Rolle. Denn dort geht es nämlich darum, dass der Sänger seine Meisterschaft erweist, nicht nur gegenüber dem Gönner und Auftraggeber oder dem Publikum allgemein, sondern vor allem auch gegenüber den Dichterkollegen. An der Meisterschaft des Sängers ermisst sich seine zeitgenössische gesellschaftliche Rolle und letztlich auch, wie wir sehen werden, seine kulturgeschichtliche Stellung. Meisterschaft in der Sarspruchdichtung ist an die Darstellung und Aufführung von Wissen und Weisheit gebunden. Dabei ist der Sänger grundsätzlich bestrebt, die Gruppe der Ebenbürtigen so klein wie möglich zu halten oder eben auch als einsam, sich zu Tode singende Nachtigall ganz allein auf der Bühne zu stehen. Jollis spricht von Heimtücke des hämischen Rätsels. Jedes Rätsel trägt den Argon in sich, in dem es ein Wettkampf um das Wissen und die Zugehörigkeit zum Arkanenzirkel bedeutet. Den Argon hat das Rätsel mit dem Spiel gemein. Roger Caillois unterteilt die Spiele in vier Gruppen, Argon, Alia, Mimesis und Eelings. Letztere beiden sind als Spielkategorien umstritten. Argon und Alia aber sind die beiden Idealtypen, in denen sich die meisten Spiele, vor allem mittelalterliche, in unterschiedlichen Mischverhältnissen gruppieren lässt. Wettkampf und Zufall. Am Rätsel ist nichts Zufälliges, es ist reiner Argon. Ab dem 13. Jahrhundert ist ein Zuwachs an Verrätselungsstrategien in der Sankspruchdichtung und in der mittelalterlichen Lyrik allgemein zu verzeichnen, der die Tendenz zur Arkanrede und zur reinen Unverständlichkeit aufweisen kann oder eben, wie Löwenthal moniert, geschraubt und der Deutbarkeit gänzlich entzogen daherkommen. Der inszenierte Sängerstreit treibt schließlich den Argon als Rede und Aufführungsform auf die Spitze. Der Wettkampf um den besten und weisesten Dichter, wie er zunächst im sogenannten Warpokrieg seinen dramatischen Höhepunkt in der Literaturgeschichte bis zum ausgehenden Mittelalter erfährt, ist höchster Ausdruck eines Meisterschaftsideals, hermetisch- hemeneutischer Abschließung. Damit geraten nun Aspekte der Rhetorik in den Blick und der Zusammenhang zwischen Ästhetik und Funktion. Die klassische Rhetorik, die sich auf die antike Gerichtsrede und damit auf einen pragmatischen Gebrauchszusammenhang bezieht, regelt die Redekunst zugunsten der Persuasion, das heißt der Überzeugungskraft, dass das Gesagte der Wahrheit entspricht und um den Zuhörer, die Zuhörerin zu einer gewissen Haltung gegenüber dem Gesagten und dem Sprechenden zu bewegen. Die Wirksamkeit der Rede entfaltet sich dabei nicht zwangsläufig durch die Darstellung der einen faktischen Wahrheit, sondern dass das Gesagte als wahr geglaubt wird. Die Rhetoriken empfehlen zwar keineswegs die Unwahrheit zu sagen und die ZuhörerInnen böswillig zu täuschen, jedoch gehören etwa bei Cicero gewisse Kunst, Griffe, Marinationes und auch kleine Lügen, Menda Kiyunkule, zum Geschäft des Rhetorikers. Auch der Gebrauch von Metaphern und anderen Tropen ist nach Maßgabe der Rhetoriken durchaus erlaubt und auch gewollt, wenn sie der Schmückung und gleichzeitig der Wirksamkeit dienen. Nicht aber, wenn sie zu kompliziert und abwegig, vom Hörer, der Hörerin nicht unmittelbar verstanden werden und einen Sachverhalt verdunkeln. Tunkal aber ist die althochdeutsche Übersetzung von Lateinisch Enigma, Rätsel und Obscuritas, Unverständlichkeit. Als Adjektiv übersetzt es unter anderem Lateinisch Obscurus in der Bedeutung schwer verständlich, unverständlich, verborgen oder auch geheim. Als Verb tunkelen steht es für die Verhandlung des Verdunkelns. Die Obscuritas aber steht im rhetorischen Giftschrank. Hier stehen Perspectuitas, Deutlichkeit und Verständlichkeit sowie Claritas, Klarheit gegenüber. Zwei Redeideale, nach denen jeder Redner streben sollte und welche den Gebrauch der Tropen regeln. Die volksprachlichen Autoren haben ein gemischtes Verhältnis zu den Vorgaben der lateinischen Rhetorik, ohne dass dies an irgendeiner Stelle reflektiert würde. Gottfried von Straßburg beispielsweise verurteilt die dunkle Sprache seines Dichterkollegen Wolfram von Eschenbach aufs Schärfste und lobt die kristalline Klarheit Hartmanns von Aue. Aber die Verständnisprobleme in Gottfrieds Tristan sind Legion, ebenso wie die Werke der Sandspruchdichter, deren Stilideal bisweilen gar nichts anderes zu sein scheint als Verrätselung und Verdunkelung.